Schildkröte, was ist? Ich kann nicht schlafen, Laura. Wieso? Es ist so schrecklich dunkel in meinem Zimmer und ich hab Angst. Aber Schildkröte, Jesus ist auch bei dir in der Nacht. Auch wenn du ihn nicht siehst, er ist trotzdem da. Ja, echt? Ja, und da wo er steht, ist es trotzdem hell, auch wenn es dunkel ist. Was? Wie geht das denn? Na, Jesus, ist das Licht auch in deinem Herzen? Und in deinem Herzen kann Jesus so hell scheinen, auch wenn deine Augen zu sind. Echt? Ja, Jesus ist dein Licht in der Dunkelheit. Komm, lass uns beten. Lieber Jesus, leuchte hell in mir. Mein ganzes Herz, das geb' ich dir. Wenn ich schlafe, bist du mein Licht in der Nacht. Du bist der, der mich mit seinen Engeln bewacht. Und du bist so groß und stark. Und du bläst meine Angst einfach aus meinem Zimmer heraus. Ich schließe jetzt meine müden Augen zu und schlafe in Ruhe. Ich bin so müde jetzt geworden, Laura. Ich leg mich wieder in mein Bett. Gute Nacht, Laura. Nacht, Schildkröte. Gute Nacht, Jesus. Ja, Gute Nacht, Jesus. Nacht, Nacht. Gute Nacht, Jesus. Gute Nacht, Jesus. Gute Nacht, Jesus.